Dem DFB-Team ist im ersten Spiel nach der Heime-M ein furioser Start in den Nations League mit einem 5-0-Sieg über Ungarn gelungen und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen das gelungen ist. Grundsätzlich gab es in der Herangehensweise keinen großen Wandel, man ist wie gewohnt das Spiel angegangen mit diesem 3-1-Aufbau, bei dem einer der zwei Sechser in dem Fall meistens Pascal Groß abkippt und dann einen Dreieraufbau neben oder zwischen den Innenverteidigern bildet. Zuletzt bei der Europameisterschaft hat das noch Toni Groß gemacht, der ist meistens halb links abgekippt, in dem Fall Pascal Groß meistens zentral oder halb rechts, dementsprechend hat der Nico Schlotterbeck immer den linken Halbraum gelassen, was ich als sehr positiv erachte, da er da einfach seine Stärken am besten einbringen kann, die besten Passwinkel hat, aber auch wenn er den Ball erhält, immer wieder mit Dynamik antrippeln kann. Die Außenverteidiger haben dann wie gewohnt die Breite besetzt, je nachdem etwas tiefer, etwas höher oder auch etwas zentraler, man hat ja meistens nicht die komplette Breite genutzt, aber das ist alles nichts Neues im System unter Nagelsmann. Dann hattest du vorne eben noch die vier Offensiven, Füllkrug meistens als klaren Zielspieler, der eben Gegenspieler gebunden hat, auch als Wandspieler agieren konnte, Bälle festmachen und klatschen lassen konnte, dahinter dann aber drei relativ freie Spieler natürlich mit Musiala, Havertz und Wirz, die haben immer wieder rotiert, aber dementsprechend auch das Zentrum neben Robert Andrich aufgefüllt, wenn es nötig war, sodass du da eben das Spiel gut aufbauen und gut aufziehen konntest. Hin und wieder hat man es dann auch gut hinbekommen, im Mittelfeld so eine 1-2-2-Struktur zu schaffen, also Andrich als Sechser, davor dann quasi zwei Achter, zwei Zehner, die in den Halbräumen waren und dann in der letzten Linie eben mit Füllkrug plus einem weiteren Offensivspieler noch zwei Spieler, die sowohl Gegner binden als auch eben eine Gefahr in die Tiefe über Tiefenläufe darstellen. Durch den Mannbezug von Ungarn gegen den Ball, also die haben schon sehr mannorientiert agiert, waren meistens an ihrem Gegenspieler nah dran, hat es Deutschland aber geschafft, immer wieder gute Strukturen hinzubekommen, um dann Passwege auf andere Spieler, die sich freilaufen, zu öffnen. Zum Beispiel hier sieht man Ter Stegen am Ball, wird logischerweise nicht angelaufen, da er keinen direkten zugeteilten Gegenspieler hat, findet dann eben durch das Zentrum hindurch diesen Passweg in die Spitze, weil eben das Mittelfeld von Ungarn jeweils an den Gegenspieler gebunden ist und daher den Passweg auf Füllkrug aufmacht, der dann vorne den Ball festmachen kann. Andererseits sieht man das zum Beispiel hier ganz gut, hier sieht man auch wieder die gute Passqualität, wenn ein Schlotterbeck zum Einsatz kommt und vor allem über diese halb linke Position, da ist es groß, der einen Gegenspieler bindet und Musiala, die jeweils entgegenkommen, aber weit genug auseinanderstehen, um halt eben den Passweg ins Zentrum vorne auf Wirz zu öffnen. Schlotterbeck wird auch angelaufen, aber Soboschleim macht eben diesen Passweg mit seinem Deckungsschatten nicht zu und somit kann man eben gefährlich vorne ins Zentrum kommen, Wirz bekommt den Ball und man kann dann dynamisch auf die Verteidigungskette von Ungarn zugehen. Was mir noch aufgefallen ist und mir auch gefallen hat, war, dass man häufig die Außenverteidiger, die ja für die Breite eigentlich zuständig sind, auf der ballnahen Seite etwas tiefer behalten hat. Auf der ballfernen Seite konnte er dann durchaus vorne in die letzte Linie schieben, aber das hatte dann eben den Grund, dass man den gegnerischen Schienenspieler etwas rausgezogen hat. Der hat dann meistens eben Druck ausgeübt auf diesen ballnahen Außenverteidiger und dementsprechend aber den Raum hinter seinem Rücken zwischen ihm und dem äußeren Innenverteidiger der ungarischen Dreierkette geöffnet, in den dann ein Spieler mit Dynamik hineinstarten konnte. Sieht man zum Beispiel auch später beim Tor, aber auch in dieser Szene ganz gut. Gut, machen wir direkt mal das 1 zu 0. Da ist es zwar nicht ganz so das gleiche Schema, aber schon gewissermaßen so, dass man auch die Gegenspieler mit sich mitzieht. In dem Fall kommt Wirtz eben entgegen, zieht damit den linken Innenverteidiger von Ungarn aus der Kette hinten raus. Kimmich hat außen den Ball erhalten, zieht ins Zentrum. Das ist einfach gut gemacht. Havertz besetzt rechts die Breite. Generell ist man natürlich das ganze Spiel über sehr flexibel. Havertz bindet dadurch den linken Schienenspieler, öffnet damit den gerade eben angesprochenen Raum zwischen Außen- und Innenverteidiger, in den dann Wirtz hineinstoßen kann, da er gerade noch wie gesagt kurz kam und dann mit Dynamik in die Tiefe in diesen Raum einstarten konnte, ohne dass ein Gegenspieler hinter ihm herkam. Er hält dann den Ball, macht es gut, legt Krübern per Flanke auf David Raum. Da sieht man auch wieder das Prinzip der minimalen Breite. Wäre Raum ganz außen gewesen, dann hätte man das hier nicht so gut und so schnell ausspielen können. Dementsprechend ist der nahe dem Zentrum, kann direkt querlegen auf Musiala, der nimmt ihn gut an und legt auch nochmal rüber auf Füllkrug, der das 1 zu 0 erzielt. Bei all den weiteren Toren, auf die ich jetzt nicht komplett näher eingehen werde, da spielt man es auch einfach gut aus, hat da den Ballbesitz und kann es dann gut machen. Man ist auch immer wieder in diese Tempoverschärfungen reingekommen und dann hat man vorne auch die individuelle Qualität von Musiala und Wirtz, die man halt in diesem Spiel in Perfektion gesehen hat, auch von anderen Spielern und so entsteht dann halt auch so ein hohes Ergebnis. Man hat dann zum Beispiel hier das 2 zu 0 auch mal einen Konter setzen können nach einem Eckball. Da hat dann Musiala auch eher glücklich verwertet, dennoch ist das auf jeden Fall Qualität. Aber das sollte mir als Überleitung dienen, dass man Ungarn auch mal kommen ließ mit der Führung im Rücken. Dann hatten sie auch in der zweiten Halbzeit fast 50% Ballbesitz, da war es relativ ausgeglichen. Man hatte ihnen immer mal wieder den Ball überlassen und das bringt mich grundsätzlich zur defensiven Ausrichtung von Deutschland, also wie man es gegen den Ball angegangen ist. Und die war natürlich nicht defensiv, sondern eher offensiv gedacht, mit einem hohen Pressing, wie man es gewohnt ist und was man auch gut kann. Da ist man es klassisch aus dem 4-4-2 heraus angegangen, beziehungsweise offensiv meistens dann sogar eher ein 4-2-4. Mit den Stürmern Havertz und Füllkrug hat man zunächst mal die Sechser von Ungarn zugestellt, hat diese auch im Deckungsschatten behalten und dann langsam auf die Innenverteidiger vorne Druck ausgeübt. Generell mit einer hohen Intensität hat das Ganze dann auch gut verschoben, wenn Ungarn es auf die jeweils andere Seite verlagert hat. So hatte man vorne auf jeden Fall im Pressing einen guten Zugriff auf den Gegner, auch weiter hinten im Mittelfeldpressing sah das gut aus. Ungarn hatte auch interessante Ideen, da wollte man weniger durchs Zentrum spielen, das war dann meistens auch verwaist und dann eben eher über die Flügel kommen. Soboschlei hat sich meist sehr weit rechts rausfallen lassen auf den Flügel, Scholloi links auf den linken Flügel, dann sind noch die Schienenspieler meistens eher ins Zentrum, sodass man halt die Gegenspieler, die Deutschen immer wieder für Entscheidungen gestellt hat. Haben so auch immer wieder versucht, Seitenverlagerungen zu spielen, die Flügelspieler ins 1 gegen 1 zu bekommen. Das hat man aber auf deutscher Seite ganz gut verteidigt bekommen, vor allem wenn Ungarn halt eben sicheren Ballbesitz hatte, es sich von hinten heraus gespielt hat. Da wurde es eigentlich fast nie gefährlich. Deutschland hat, wie ich finde, das Spiel sowohl mit als auch gegen den Ball kontrolliert. Einziges Problem und das ist auch nichts Neues im Vergleich zu den ersten Spielern unter Nagelsmann, zur EM bleiben halt eben Umschaltsituationen und die Restverteidigung, nachdem man selbst den Ball verloren hat. Also man hat ja immer sehr hohen Ballbesitz. Wenn man da mal einen Fehler macht, den Ball verliert, dann wird es eben sehr brenzlig, da man hinten zum einen keine wirklich gute Restverteidigung hat. Da hat man dann eben diesen 3-1-Aufbau, also zwei Sechser, zwei Innenverteidiger. Aber ansonsten sieht es da nicht ganz so gut aus, gerade wenn man auch wie in dem Spiel zwei Sechser mit Groß und Andrich hat, die nicht die allerschnellsten sind. Die Außenverteidiger sind dann eben ganz vorne. Dementsprechend ist auch der Flügel hinten komplett offen, in den die Gegenspieler hineinstoßen können. Man hat es zwar meistens noch ganz gut verteidigt bekommen in dem Spiel. Ungarn hat es auch nicht allzu gut ausgespielt, kam nicht wirklich zu Chancen. Wenn, dann hat man es dennoch noch vereitelt hinten. Aber das bleibt auf jeden Fall eine Problemstelle, die bessere Teams auch bestrafen. Muss man mal schauen, das ist zwar schwierig zu beheben, denn es hat ja auch auf jeden Fall seinen Mehrwert, dass man so offensiv agiert, auch im eigenen Ballbesitz. Dementsprechend sind ja auch hier die fünf Tore gefallen und man hat hier wirklich einen sehr hohen und verdienten Sieg eingefahren. Und genau das sollte jetzt auch erstmal im Mittelpunkt stehen und war extrem wichtig. Das soweit meine Analyse zum letzten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn. Lasst mir gerne eure Meinung, eure Einschätzung zum Spiel in den Kommentaren da. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Ciao! Ciao!